Was verbinde ich mit der friedlichen Revolution? Ich verbinde damit Freude. Ich weiß, dass mein Papa auf der Couch gesessen hat und gesagt hat, die Mauer ist gefallen und ich konnte es gar nicht glauben. 1989 war ich neun Jahre alt. Und mein Papa sagte, die Mauer ist gefallen. Und wir fanden das alle ganz verrückt und konnten das gar nicht glauben. Genau, was verbindest du mit der? Also ich verbinde da überhaupt nichts mit. Ich habe da gar keinen Bezug zu. Aber ein paar Jahre später haben wir uns kennengelernt und dazu mehr in Frage 2.